Komm Armin, komm. Das ist jetzt eine ganz gute Gelegenheit. Mutter, das darf man gar nicht. Was darf man nicht? Natürlich darf man das. Komm jetzt. Ich darf doch nicht da rein gehen. Doch, da, da, da. Also Armin, ich weiss, dass du ein grosses Talent hast als Artist. Nein, ich bin Magazinerin der Migros und mir ist wohl dort. Nein, das ist jetzt eine ganz einmalige Gelegenheit, in diesem Zirkuszelt zu proben. Und der, der da zuschaut, das ist der Friedrich Knie. Also, mach ein bisschen hier Gattung. Also, und dann würde es heissen, meine Damen und Herren, und jetzt sehen Sie meinen Sohn, Armin Grütter, mit seinem wunderbaren, äh, Purzelbaum. Mach ich den Purzelbaum. Jawohl. Schön, ja. Bravo, bravo. Und jetzt rückwärts. Ich muss, ich bin als Jungs schon nicht Kletterstangen aufgekommen. Und sowieso, ich habe Hunger. Hopperlapop, komm, du willst jetzt einfach wieder etwas mehr Kondition haben. Also, Armin, jetzt machen wir ein paar Runden. Komm, Armin, hopp, 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 schön. Schön, ja, so geht das nicht. Ich muss jetzt jemanden fragen, was ich da auskennt, bei dem Training. Also, Herr Knie, freut mich sehr. Grüezi. Grüezi. Ich bin schon früher immer verliebt gewesen. Sie könnten ja den Vater von meinem Sohn sein. Das war sehr wahrscheinlich der Franco. Der Franco? Ja. Ah, dann ist er der Vater. Ja. Das spielt mir keiner. Also, Herr Knie, können Sie jetzt mal meinen Armin ein bisschen zeigen, wie wir da ... Nein, jetzt trainieren wir es zuerst mit innen. Alli, hopp, ein bisschen schneller. Nein, also, ganz schnell. Nein, das geht nicht. Drüllen, Waldsee, drüllen, drüllen. Ein bisschen schneller. Nein, Herr Knie. Und nochmal vorwärts. Ah, nein, nein. Ja, schaut, er platzt ja. Hier, hier oder das Knie. Sehr gut. Schöne Verbeugni. Oh, ich will nicht. Hopp, hopp, hopp. Ich muss sie unter Schmerzen geboren halten.